Willkommen zurück zu Simmerzock Blind, heute mit Sonic the Hedgehog am Start. Und mein Ziel für diese Folge ist es, über die Hälfte der ersten Zone, nicht der Green Hill Zone, zu schaffen, blind, ja. Es bezieht sich auf das erste Level, sagen wir es mal so, nicht die Hälfte der Green Hill Zone, es werden andere drei Level schaffen, mit Augenbinde, jo, euch geht's wohl, äh, nicht mehr mit rechten Dingen zu, wenn ihr das von mir verlangt. Okay, legen wir los, ich bin sehr gehypt, ich freu mich drauf, endlich mal Sonic in Simmerzock Blind, weiß gar nicht, warum ich das noch nicht gemacht hab, man. Mario hat man auch schon, naja, das erste Sonic-Spiel, jetzt hier, mit Augenbinde, nur hier auf diesem Channel. Ja, ich bin gespannt, wie das laufen wird. So, erstmal wieder Schallbinding hier, scheint nicht so gut zu laufen, wobei, wobei, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht, es geht, Säge, 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 so. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los, Green Hill Zone, geht's schon los? Ja. Hui. Ja. Ha, voll erwischt man, den Drecksgegner, der hat keine Chance gegen mich. Und wir haben schon Ringe. Wir haben Ringe. Das ist sehr viel zu einfach. Das ist keine große Challenge für mich. Ich weiß doch, ich schaffe das Spiel blind. Du, 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 du. Shit. Mann, immer diese blöden Fluggegner. Aber ich habe wieder sehr viele Ringe, deswegen kein Problem. Das ist mega einfach, das mache ich gerade mal blöd. Und da ist ein Gegner. Ha, den habe ich gesehen. Und wir haben Unverwundbarkeit, die habe ich natürlich auch eingesammelt, weil die... Ich weiß natürlich, wo die liegt. Ich weiß ganz genau meine Inputs, wie ich die Unverwundbarkeit bekomme bei Sonic 1. Spaß, weil da weiß ich nicht, aber ich habe sie. Oh, da kommt ein Gegner. Oder auch nicht. Oder ich bin drüber gesprungen. Da ist ein Gegner bestimmt. Ihr sickes Gesichter. Ich kriege euch. Komm schon. Ey, wenn ich das erste Level hier schaffen würde, ne? Was ist das für ein Erfolgserlebnis wäre für mich? Das wäre genauso heftig wie Crash Bandicoot einmal. Wo ich der Embryo-Bosskampf blind fast geschafft habe. Aber ich sage es immer wieder, weil das war echt das Geilste, supergeil. Wann es sein, dass wir hier gegen eine Wand laufen? Weil es geht... Ey, hier ist lange nichts mehr passiert. Kein Ring, kein Gegner, nichts. Das heißt, wir sind wahrscheinlich hier irgendwo gefangen jetzt. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Gucken wir mal. Ah! Ich glaube, ich bin weitergekommen. Weil ich kann mich an eine Stelle erinnern, wo man links, rechts springen musste und dann hoch. Das war die Stelle, nämlich. Wir waren ganz unten, nehme ich an. Komm schon. Bitte, ich will das schaffen. Das ist... Doch. Nicht schwer. Ich schaffe das. Ich schaffe das erste Level. Blind. Komplett blind. Wow, das ist heftig. Es geht schon wieder nicht weiter. Also wahrscheinlich bin ich ganz hochgekommen. Bin ich zurückgelaufen und habe da irgendwelche Ringe eingesammelt. Das ist nicht in meinem Sinne. Aber ich zeug das Spiel ja auch blind. Was erwartet ihr alle dann von mir? Ihr dürft nicht zu viel. Wer wacht? Okay. Ich denke, wir gehen nochmal zurück. Weil das scheint hier wirklich eine Sackgasse zu sein. Kann mich natürlich auch täuschen, aber... Ich weiß nicht. Wir gucken mal. Ich stehe jetzt noch ein bisschen zurück. Und dann... Ah! Da war ein Gegner und der habe ich platt gemacht. Den Loser. Lieb dich nicht mit mir an. Ich habe eine Augenbinde. Was hast du? Ich glaube, ich laufe wieder in die Sackgasse zurück. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Hier haben wir wenigstens wieder Ringe. Wie gefällt es mir? Was war das? Hallo? Alles gut. Alles gut. Alles gut. Läuft es? Läuft es bei mir? Ich weiß nicht. Was war das? Was ist da passiert? Ey. Ich glaube, das ist diese Bereiche hier, die Green Hills, wo das zusammenbricht. Aber wieso? Ich bin doch da... Vorher wahrscheinlich auch drüber gekommen. Und da ist es nicht zusammengebrochen. Bist du da drüber gestanden oder was? Ich habe keine Ahnung, aber ich werde nicht sterben. Das ist natürlich auch was Geiles, ne? Ich sterbe einfach nicht. Ich werde, glaube ich, kein Leben verlieren. Ich hänge hier nur irgendwo fest. That is the Problem. Und wenn ich jetzt über... den Robotnik Scheiß da am Ziel rüber gesprungen bin, da müsste ich nur nach links laufen, dann wäre das Ziel da. Ist es aber leider nicht. Ah, wieder irgendwelche Ringe. Super. Interessiert mich nur leider gar nicht gerade. Hm. Ja, what to do? Das ist natürlich echt ein bisschen blöd. Zack. 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 Und jetzt geht es weiter? Mann, was ist der? Das ist der? Das ist der? Bitte, sag mir, wo es weitergeht. Das gibt es doch nicht, wer hat diese Mauer errichtet. Ey, Donald Trump, ich krieg dich. Du hast hier eine Mauer aufgestellt. Nur damit... kein Igel mehr nach USA kommt. Warum? Was hast du gegen Igel? Wenn das die Peter hört. Donald Trump. Die Peter wird sich sowas ververdichten dann. Alter. Erzsaft. Wieso musstest du hier genau hier diese Mauer aufbauen? Hä? Donald? Hä? Onkel Donald. Mensch. Hö? Tramolin. Nice. Ich habe Tramolin gefunden. Ist doch nicht, jetzt geht es weiter. Ja, ja, ja. Gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir. Ah, scheiße. Jetzt geht weiter. Das ist ein Gegner. Der nächste Gegner war ja auch platt. Ihr könnt nicht mehr alle. Ihr seid scheiße. Die doofen Drecksgegner. Seid schlecht. Mag euch nicht. Ihr dient Dr. Robotnik. Warum tut ihr das? Ja, weil die Tiere da eingesperrt wurden. Robotisiert wurden. Ich weiß. Aber... Warum? Oh Gott. Wo bin ich jetzt? Bin ich vielleicht beim Ziel? Haha. Ich habe noch nie so einen gesehen, der so lange für die Green Hill Zone gebraucht hat. Ja. Macht's mit Augen, Binde. Nee. Das Ziel ist nicht da. Jetzt bin ich extra ein bisschen nach links wieder zurückgegangen. Ich dachte, hier wäre es. Aber nein, das Ziel mag mich nicht. Es ist nicht hier. Es ist das nicht. Es ist so... Meine Beziehung zu entzielen, es ist eine schwierige Beziehung. Wisst ihr? Es ist eine Fernbeziehung. Man, es ist so nah und doch so fern. Ich habe keine Ahnung, man. Also, ich habe überhaupt Rähne. Ah. Ah. Wo ist das Trampolin? Ich bin wieder mit Trampolin. Diese Kuscheleinheit mit Trampolin vermisse ich. Ich weiß, dass ich den Moment, wo ich das Trampolin berührt habe und hoch hinaus ging. Das waren schöne Zeiten. Das war mein Highlight vom Leben. Ich berührte das Trampolin und habe diesen Schwung bekommen. Diesen... Dieses Auf im Leben. Wisst ihr? Es geht immer auf und ab im Leben. Aber das war gerade so ein Höhepunkt meiner Karriere. Mit dem Trampolin. Ah. Ha. Okay. Wir gehen jetzt erst mal noch ein bisschen nach links. Weil rechts scheint sich weiter zu gehen. Oder es ist jetzt wirklich dieser... Lol. Oh, es ist jetzt wirklich, ähm... Ja, diese Absch... What? Wollt ihr mich verarschen? Ich gehe die ganze Zeit nach rechts. Hallo? Yo, was ist jetzt los? Geht es hier jetzt weiter, oder was? Okay. Hä? Vor allem die Green Hill, so, ne? X1. Kann man auch nie so lange vor. What's fucking going on? Ich habe mir Willi noch nie so lange vor. Was ist denn hier los? Ja. Ich glaube, hier ist das Ende. Oder hier ist es wieder eine Wand. Das kann natürlich auch sein. Ne. Kein Robotnik-Flair. Verdammt. Mann. Ey, jetzt ist hier sogar noch ein Gegner. Oh, es sind bestimmt diese Geckos, die da in den Wänden sind. Bitte nicht, die Geckos. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Vielleicht kann ich schlecht erahnen, ne? Wo die jetzt sind. Das ist die Frage. Soll ich wieder zurückgehen? Ha. Wieder eine Mauer, ey. Donald Trump, wie viele Mauer hast du errichtet? In the Green Hill, so. Ich hasse es. We need to build a wall. Ey. Ach, Kinders. Yo, Ringe. Hä? Was ist das? Ich glaube, es war die Halbzeit. Oh, Megalul. Ich bin bis zur Halbzeit gekommen. Mein Ziel ist erreicht. Ich habe gesagt, bis zur Hälfte will ich kommen. Was haben wir hiermit erreicht? Alter, was? Das muss in jedem Zimmerzock-Blind-Highlight-Video drin sein, wenn einer eins machen würde, weil das war jetzt einfach nur legendär. Ich hab... Ich sehe wirklich gar nichts und ich hab Act 1 einfach irgendwie gelöst mit meinem siebten Sinn. Es ist der Oberhammer. Das war das skilligste Zimmerzock-Blind-Highlight-Video. Okay, wir zocken weiter. Wir zocken jetzt so lange weiter bis ich sterbe. Wir können auch die ganzen Green Hills auch jetzt durchspielen. Boah, es wird XXL voll, ey. Das gesamte Sonic 1 hier blind durchspielen. Macht's nach. Äh, ernsthaft? Der liebe Let's Play Markus zum Beispiel, der ist ja echt ein skilliger Sonic 1 Spieler, beziehungsweise alle alten Sonics. Der ist 1000 mal besser als ich. Der ist jetzt auch nicht spiel. Aber das muss er auch mal machen, ey. Mit Augenbinde. Seriously. Das ist eine ganz andere Liga, ne? Da muss man schon ein bisschen, ne? Mit Augenbinde vertraut sein. Es ist meine Welt. Es ist eine komische Welt. Aber es ist meine Welt, ja? Die Welt der Augenbinde. Die Welt ist nicht sehens. Es ist eine sehr dunkel und düstere Welt. jetzt war jetzt auf der holy shit hätte ich nie gedacht nie kann mir einfach manchmal gedacht ja da ist jetzt der wand dann muss da irgendwo ja der plattform trombolinen sein ich kenne ja ich habe es ja schon mal letztendlich ein ich weiß ja ungefähr wie die grüße aufgebaut ist so jetzt ist hier wahrscheinlich wieder an der wand voll irgendwie gucken wir mal erscheint nicht weiter zu gehen ich höre nur dieses blöde wasserrauschen ein bisschen blöd ist ja hier los ja schon wieder weg gefunden dieses wacke kreis ihr werdet jetzt mich hätten und sagen sie ist bestimmt was durch die augen geht nein tue ich nicht ich schwöre bei gott ich schwöre wirklich bei gott und wer das nicht glaubt der kann ja weil hier ganz fählig ist immerzeit bleibt sich anschauen da habe ich nicht teilweise sachen schon fabriziert sie sind nicht mehr förderlich ich sag nur das ist neu und 2 das zweite war das ist ja das ist das schöne was immerzeit blind weiß es gibt spiele da gibt es dann richtig geil und dann gibt es spiele wo ich total fehle es gibt halt diese fehlenden und skilling momente das ist einfach das geilste format man heute sind wieder ringe geil sony kann jetzt mehrere frauen heiraten na amy wird sich freuen so viele ringe wie er jetzt schon hat wo sind die gegner ich bin jetzt ich bin jetzt x2 wie kein gegner reingerast kein hindernis ich glaube ich glaubt die ganze zeit nur in gewandt und dann gucken wir mal suchen wir mal einen trambolin gegner ich hab dich vermisst nicht wirklich aber ja hier ist der wand hier ist der wand liebe freunde nach ich glaube jetzt fähig fest verdammt aber ex 1 geschafft freunde sind sich den er die halbe green so bleibt geschafft glaube ich Es ist krass, ey, es ist wirklich krass, wäre natürlich cool, wenn wir noch zum Robotnik gekommen wären, aber was verlange ich, ey, wir müssten ja drei Level durchspielen, das geht doch gar nicht. Ja gut, Freunde, ich würde sagen, wir belassen uns hierbei, man muss aufhören, wenn es am schönsten ist und auf die Reaktion würde ich gespannt, also das muss ja perfekt gelaufen sein, ey, what? Habe ich nie mit gerechnet, ich habe gedacht, ja komm, machst du die Hälfte durch, vor ersten Act, ha, machst du das ganze Level durch, perfekt, geil, wirklich, ich freue mich, ey, ich freue mich, diese Reaktion zu sehen, erstmals ich mich wirklich auf die Reaktion freue, diesmal werde ich mich nicht haten, diesmal werde ich mich loben, liebe Freunde, und ja, ich werde die Aufnahme, man sieht sich, meine Reaktion in zwei Stunden. Bis zum nächsten Mal, 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 bis